Wir sind gestartet ohne Budget, weil das Thema uns wichtig war. Aber für mich war auch wichtig zu zeigen, ich muss nicht in die Sahelzone fliegen oder ich muss nicht in die Antarktis oder in den Regenwald, sondern, hey, das passiert dir direkt vor der Haustüre. Das war mir wichtig. Ich glaube, in meinem Film geht es darum, um die Wertschätzung für unsere Böden. Es geht darum, dass wir die Wertschätzung der Bauern wieder gewinnen. Oder dass wir ihnen die Wertschätzung geben, den Treuhändern und unsere Böden. Ich glaube, das ist so die Essenz von dem Film, das wieder ins Bewusstsein zu bringen, dass es um den Boden geht, unsere Lebensgrundlage und eine gewisse Wertschätzung da ist für unsere Bauern. Für mich ist das so, der Boden ist Almende. Das ist das Menschenerbe. Das gehört doch niemandem. Der Boden ist, der braucht für 10 cm Fruchtbahnboden in manchen Gegenden 2500 Jahre. Wer will es wagen, diesen Boden in 10 Jahren zu zerstören und abzutragen? Wenn wir uns wollen? Ja! What do we want? fast alle zivilisationen dieser erde die sich in den letzten 10.000 jahren entwickelt haben sind zugrunde gegangen zumindest auch dank der landwirtschaft sie sind dank der landwirtschaft entstanden aber aufgrund der landwirtschaft auch wieder zusammengebrochen die idee rührt daher dass ich irgendwann selber erkannt habe dass ich ziemlich weit weg bin vom boden und das kam dadurch dass ich guten freund geholfen habe bei der ernte und da habe ich gemerkt zum ersten mal dass das ernährt mich da kommt es her und dann habe ich mich dafür interessiert und habe ich dann durch die recherche herausgefunden dass der boden in gefahr ist also nicht jetzt akut aber in den nächsten 60 bis 100 jahren ist es ein problem und dann ja habe ich eine verpflichtung gespürt mich dem thema zu widmen humus entsteht in lebensprozessen lebendige pflanzen sterben ab oder teile der pflanzen sterben ab wie hier die die blätter die werden dann wiederum von leben nämlich von bodentieren zersetzt aufgefressen angeknabbert verdaut und alles was aus diesen bodentieren wie zum beispiel asseln mehrfüßler tausendfüßler auch natürlich regenwürmer alles was die fressen und wieder hinten raus als verdauung ausscheiden ist humus das ist schon humus das ist organische substanz boden ist dann optimal im umgang mit wasser und luft wenn er wie ein schwamm ist das kennt man aus dem kompost das kennen wir aus dem wald boden in obersten flächen das ist wie schwammig weich fluffig fühlt sich das an und das heißt dort kann an der gleichen stelle viel wasser und luft gleichzeitig gespeichert werden beides brauchen alle lebensprozesse wasser und luft deshalb ist krümelstruktur die ich mit bloßen augen erkennen kann diese kleinen unregelmäßigen teilchen mit unregelmäßigen oberflächen diese bodenkrümel zeigen fruchtbaren boden an sagen wir mal wenn wir es schaffen einen boden 20 zentimeter tief gleichmäßig krümelig zu erhalten dann ist es ohne probleme möglich dass so ein boden 100 liter wasser auf dem quadratmeter auch speichern kann der über einen stark regen fällt das wird dann in diesem schwamm in dieser krümeligen struktur gespeichert ohne dass es oberflächlich abfließt oder ohne dass es durch raus durch den boden und durch bodenritze verschwindet also so eine krümelige schwammstruktur des bodens ist entscheidend für die wasserspeicherfähigkeit des bodens und für die wasserabgabe fähigkeit des bodens meine protagonisten kamen durch kontakte über freunde zum beispiel über den verein wir und jetzt die haben mich massiv unterstützt ich kam mit der idee die haben gesagt akut super wir haben da den bauer und den bauer und den bauer oder der ist interessant der ist interessant und so haben sie mir quasi so die türe geöffnet und dann kam aber eigentlich im prozess die leute von alleine irgendwann so es gab einige protagonisten dies nicht in den entfassung geschafft haben wir hatten irgendwann mal so fünf stunden rohschnitt da war alles drin und da war viel drin sehr viel drin weil ich habe war sehr viel unterwegs mit terra preta permakultur ackerklassen mikroorganismen also ich habe mir das alles angeschaut und irgendwann hat der editor gemeint so mark das ist zu viel du willst hier zu viel wir müssen uns auf die essenz runterkürzen und dann sind dann doch glaube ich einige rausgefallen mindestens fünf ich hatte ein visuelles konzept ich wollte über vier jahreszeiten arbeiten was ich natürlich auch immer schwierig gestaltet hat wann welchem thema du wann einsetzen aber das war so das konzept und wir haben es versucht durchzusetzen die änderung der klimatischen bedingungen die spüren wir schon in der landwirtschaft man denkt im moment dass sich die niederschläge bei uns in mitteleuropa nicht in der höhe nicht wesentlich ändern werden aber wir bekommen im winter mehr niederschläge als bisher und wir bekommen häufig eine frühjahrstrockenheit hatten wir dieses jahr und letztes jahr und dann gibt es noch das problem dass wir eben mehr starkregenereignisse kriegen als bisher also wir hatten ja auch in diesem jahr hier im kreichgar zum beispiel mehrere große starkregen niederschläge mit erosionsschäden das heißt wir müssen mit mehr solchen erosionsereignissen rechnen und müssen uns natürlich auch überlegen wie gestalten wir unsere anbausysteme damit das risiko dass dann tatsächlich schäden auftreten in solchen situationen möglichst gering ist die dreharbeiten sind insgesamt über zwei jahre gelaufen also wir haben gewisse sachen dann auch noch nachdrehen müssen die dann nach ihm schon gemacht hatte der bauer ohne uns bescheid zu geben die haben wir dann nachgeholt das war eine eine aktion die wir nachgeholt hatten das jahr später aber wir haben angefangen mit dem thema ich habe angefangen mit dem thema 2016 das war das erste im winter habe ich damit angefangen und dann ja und dann ging es über die jahre hinweg wir mussten es halt immer nebenher machen wir konnten uns nicht darauf voll darauf fokussieren weil man muss noch geld verdienen nebenher die filmmusik ist sehr speziell für den film finde ich persönlich die widerspiegelt sich so mit meiner mit meiner gemütsstimmung wenn du unterwegs bist mit so einem thema und du läufst in der normalen welt herum fühlst du dich irgendwie immer so hier stimmt was nicht weit weg dieses disharmonie und so es hat ein guter freund von mir gemacht der in stuttgarter ist der die musik gemacht ja die idee gehabt und ja ich fand die gut und wir haben sie umgesetzt und ja mir gefällt sie bis heute noch der hat die musik während den montagearbeiten am film hatte ja immer wieder zugeliefert und ja es hat im prozess entstanden wir haben viel diskutiert welche musik wir machen wollen für uns war es klar dass wir keine musik machen wollen mit diese happiness ausstrahlt und alles ist gut und alles super sondern wir wollten was experimentelleres haben und das ist manchem gefällt manchem nicht ich finde es sehr interessant also ich bin ja jetzt nicht unbedingt so ein typ der anthroposophie cool findet oder so ja aber da geht es definitiv drum für mich ja dass ich lebensmittel erzeuge die körper seele und geist so unterstützen dass man fit ist und dass man geistig fit wird und dass die menschheit geistig weiterkommt das ist mein grundanliegen dem praktikanten sage ich immer das ist wie gold suchen nur effektiver ja und geht es ja da nicht um das geld sondern es geht ja um um die ja um dieses erfolgserlebnis oder alles anders es macht einfach spaß wenn man sich die kartoffeln ernten kann was war für mich die größte herausforderung im projekt oder gab es einige ich glaube das allererste ist mal an sich zu glauben dass das funktioniert dass man auch ohne viel geld ein projekt machen kann ich glaube das war so die große die große hürde immer wieder zu wissen okay du musst immer wieder gucken kriegst du ein bisschen geld dass das machen kannst vor allem dass du die externen bezahlen kannst also die kameraleute bezahlen kannst dass du den editor bezahlen kannst das hat dann auch geklappt durch crowdfunding aber da musst du auch wieder in die öffentlichkeit gehen und das war nicht so meins war nicht so einfach für mich ja also das ist glaube ich daran zu glauben dass es funktioniert so dass man einen film machen kann und dann auch mit dem budget ins kino bringt wo ist ein publikum wer soll sich den film angucken ich hatte mir gar keine gedanken darüber gemacht weil gesagt okay das thema ist mir so wichtig ich muss darüber berichten wer im endeffekt anguckt das sehen wir dann und aber das publikum ist schon das gleiche publikum die sich solche filme gerne anschauen und sich sehr dafür informieren und ja also das publikum mich würde mich wünschen wenn es ein breites publikum findet vor allem würde es mich wünschen wenn die politik diese filme sehen würde und sich davon auch ein bisschen inspirieren lässt ich habe viele landwärtskollegen die älter sind und schon 60 jahre mit dabei sind und da gibt es sehr viele die eben vor 60 jahren konventionell gewirtschaftet haben und jetzt seit 20 jahren umgestellt haben auf biologisch oder demeter und die haben alle diese die machen das alle mit dass es dass sie merken wir treiben mehr aufwand um den ertrag zu halten also wir ernten immer gleich viel und jedes jahr machen wir mehr aufwand das merke ich auch was wir für einen aufwand betreiben im vergleich zu dem was mein vater gemacht hat der ja auch biodynamischer landwirt waren da war irgendwie da steckt man die kartoffel in den boden und dann wächst es schon und ja wenn ich das so macht das wird immer funktionieren ja ich muss ja wirklich alle register ziehen und ja die 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 alten die alten können das in ihrem leben in ihren 60 jahren einfach ganz klar sagen und da bin ich schon gespannt wie ist das in zehn jahren ja also es ist enorm viel material zusammengekommen also ich würde mal sagen wir haben zwölf terabyte an video material gehabt und wie ich schon vorhin gesagt habe wir hatten immer einen rohschnitt von viereinhalb stunden der eigentlich gut war bloß kann sich das keiner angucken weil das thema wirklich sehr komplex ist also böden landwirtschaft ist ein komplexes thema schöne frage ob das mal ein director skat ist nein ist es nicht wir mussten also ich würde heute wenn ich das heute sehen natürlich jetzt auch wieder ein jahr alt der film liegt schon seit einem jahr auf würde ich doch einiges noch ändern ich glaube aber das ist so eine krankheit die hat man wohl immer irgendwie dass man was ändern würde im director's cut würde ich glaube ich länger machen nicht mit noch mehr informationen reinpacken weil ich glaube das verträgt der noch kann man noch mehr machen hier und da würde ich was ändern also ja ich glaube aber das hört nie auf meiner überzeugung nach ist der boden eigentlich das letzte paradies dass wir wirklich auf erden haben fast alle zivilisationen dieser erde die sich entwickelt haben sind zugrunde gegangen zumindest auch dank der landwirtschaft sie sind dank der landwirtschaft entstanden aber aufgrund der landwirtschaft auch wieder zusammengebrochen also steckt die welt in einer tiefen philosophischen krise wir bekommen im winter mehr niederschläge und wir bekommen häufig eine frühjahrs trockenheit also ich wundere mich öfter mal warum der mensch in der stadt so wenig existenzängste hat der ist ja absolut abhängig davon dass hier was wächst oder die landwirtschaft kann nicht eine landwirtschaft gegen den willen der gesellschaft betreiben das wird nicht gehen bodenfruchtbarkeit ist aus meiner sicht eine gesamtgesellschaftliche verantwortung das würde ich mir wünschen für landwirtschaft das alles was beteis